so und da bin ich wieder und wir machen weiter wir laufen erst mal ein bisschen rum und schauen wir mal so was uns hier so erwartet irgendwo was ist vielleicht offenbar nicht an wasser geht sie wieder nicht sollte ich wirklich mal merken was ist das sonnenkeller ok information fünf stück gibt es davon also ok dann schauen wir mal das ist aber nicht sehr vertrauens erdrückend das grab muss in den unteren ebenen sein da ist was ok da oben auch dann schauen wir mal wieder durch nein zieht nicht so aus ok kommen wir hier durch ja das sehe ich auch aber die frage ist wie ok das hilft uns auch nicht hilft uns das irgendwie weiter ja das sehe ich auch ok wenn das leuchtet dann schauen wir mal was wir da machen können ok na komm schon ich bin auf der richtigen spiel ja das da können wir klettern oder sind wir in den zündeten augen Munition haben wir voll. Ein Buch. Wieso muss ich da wieder unwillkürlich an die Achse des Bösen denken? Hm, da oben ist was zum Kaputtschießen. Machen wir das einfach mal. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja, ja. Aber hier sind auch noch andere Sachen. Mal gucken. Da geht es auch irgendwo hin. Da hinten auch. Aber wie kommt man da hin? Von der Seite? Nicht. Hm. Wo glänzt das da hinten? Hm. Wir drücken mal den Aufzug hier her. Geht das ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oder? Wo ist von hier aus irgendwo hin? Nein. Okay. Hm. Hm. Und vielleicht hier. Das hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Hier kann man ja auch drauf krauchen. Okay. Gut zu wissen. Oh. Dann schauen wir mal. Ne, da muss ich glaube ich eins tiefer. Nehmen wir natürlich alles mit. Wie immer. Na, komm schon. Aber wenn es nicht mehr so anstrengend wäre. Flup. War ein Zahnrad weg. Okay. Dann. Schauen wir mal rauf. Mal was testen. Okay. Okay. Das scheint nicht mehr klappt zu haben. Hilft mir das für irgendjemanden? Ja gut. Oh, Waffmodifizierung verfügbar. Schön. Aber es war offenbar richtig, was ich da gerade mir gedacht habe. Ja, aber... Ja, das war auch richtig. Okay. Tschüss Aufzug. Wir sind immer so unauffällig und leise. Ja, glaube ich auch. Und das ist überall hier die Alarmglockenschellen. Hat auch funktioniert. Ups, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Hm, da hängt eins. Machen wir mal die Tür auf. Nö, hier ist keiner. Glaub mir. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Und das ist immer ganz so unauffällig. Hier rüber! Ups. Ach, warum habe ich einen Abkund? Ich brauche nur ganz normale Pfeile. Oh, da hängt auch was. Ah, aber er ist schön durch. Kommt man da rein. Karte hat produziert. Da ist was. Okay, ich komme hier rüber. So, dann schauen wir mal weiter. Dokument. Hm? Ich kann es nicht anklicken. Ich kann mir keine Markierungserzahlen. Wie liegt wir hier lang? Hm? Aber ich kann man nicht aufmachen. Das kann man aufmachen. Und das kann man aufmachen. Müsst du wohl. Na komm schon. Das ist doch nur eine kleine, billige Käste. Na, geht doch. Ähm. Ich würde sagen hier lang. Da ist es. Ich sieh's. Zwei von dreien. So. Schauen wir mal. Das war dann das hier. Da hinten. Okay. Da. Völl übersehen. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Wir werden es wahrscheinlich... ...nie erfahren. Oder vielleicht auch. Keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt? Hm? Das ist ja mal ein Waypoint dahin. Okay. Irgendwo draußen. Hm. Ich habe doch da gerade irgendwo was Glizern sehen. Komisch. Das ist ja auch. So, es hat ja irgendwas vorhin gesagt von Waffenmodifikationen verfügbar. Schauen wir mal. Hier nicht. Da ist was. Na, dann machen wir das doch mal. 100, 100, 100. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir. Nur noch das hier. Brauchen wir noch 200. Okay, das kriegen wir hin. Ach, da kommen wir rüber. Entschuldigung, das habe ich gerade irgendwie. Hallo. Okay, okay, ich will dich einsammeln. Also. Mit einer Notiz drin. Gut, dann haben wir das also hier. Auch durch. Das ist doch schön. Was für eine Brühe. Sonnenkiller fehlen uns. Fehlt uns noch was. Und da hinten noch ein Dokument. Alles nachschauen. Ja. Habe es gefunden. Wo komme ich da ran? Nein. Von hier aus nicht. Hm, vielleicht. Da. Vier von fünf. Da ist ja noch Munition. Okay, voll. Voll. Gut, dann schauen wir weiter. Eins brauchen wir noch. Gut, das soll man finden. Hm?